Die heutige Folge aus der Scan-History führt uns anlässlich des Fasching und Karnevalbeginns ins Jahr 2003. Damals wollte es die Salzburger Lebensmittelpolizei genau wissen. Ist in den Krapfen denn überhaupt genug Marmelade drinnen? Das Ergebnis des Tests war ernüchternd. Das sehen wir uns nach dem Intro an. Und tatsächlich! In jedem dritten Krapfen lag der Marmeladeanteil unter den vorgeschriebenen 15%. Juristisch gesehen ein Fall von Betrug. Auch bei den Preisen hatten die Prüfer wenig Erfreuliches zu berichten. Der teuerste Krapfen kostete damals 1,40 Euro, im Jahr zuvor lag der Höchstwert noch bei 1,20 Euro. Schade, dass man keine Nachricht in die Vergangenheit schicken kann mit den Lebensmittelpreisen von 2023. Rund ein Drittel der Krapfen war verfälscht, der Marmeladenanteil lag unter 15%. Bei einer Produktionsmenge von mehreren Tausend Stück für eine Einzelhandelskette in Salzburg macht das gewaltige Summen aus. Die Erzeuger sparen sich Bares, der Konsument wird betrogen. So die damalige Salzburger Konsumentenschutzreferentin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Gabi Burgstaller in einer Aussendung. Sie hatte damals aber auch eine gute Nachricht. Kein Krapfen war verdorben, alle waren hygienisch betrachtet nicht zu beanstanden. Na so ein Glück! Wäre wohl nicht so lecker, wenn anstatt der Marmelade der grüne Schimmel auf allen Seiten rausfließt, wenn man genussvoll zubeißt. 26 verschiedene Krapfenproben wurden von der Lebensmittelpolizei des Landes untersucht. 31% oder 8 Stück waren verfälscht, weil die Marmeladenfüllmasse laut österreichischem Lebensmittelkodex unter 15% des Gesamtgewichtes lag. Untersucht wurden Krapfen aus Supermärkten, Bäckereien und Konditoreien. Der am wenigsten süße Krapfen wies einen Anteil an Marmelade von kargen 10,3% auf. Ein zu geringer Marmeladenanteil komme einem Betrug gleich und sei ein gerichtlich zu ahnendes Delikt, auf das Freiheitsstrafen von bis zu drei Monaten oder Geldstrafen bis zu 180 Tagsätzen stehen. So Burgstaller Die betroffenen Hersteller werden nach dem Lebensmittelgesetz angezeigt. Im Jahr 2000 lag die Quote der verfälschten Krapfen noch bei knapp 20%, das Ergebnis war 2003 also deutlich schlechter. Du kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob du auch schon mal einen sogenannten schlechten Krapfen mit zu wenig Marmelade erwischt hast. Oder ärgert es dich, wenn die Marmelade beim Reinbeißen auf allen Seiten rausfließt? Bin schon neugierig auf deine Meinung. Die Konsumentenschützer waren auch dem teuersten Faschingskröpfen auf der Spur. Die Preise in 47 Bäckerei und 13 Konditoreibetrieben in der Stadt Salzburg und Umgebung wurden getestet. Die Spanne reichte in Bäckereien von 50 Cent bis 1,10 Euro, in Konditoreien von 85 Cent bis 1,40 Euro pro Stück. Im Jahr zuvor lagen die Spannen bei den gleichen Betrieben noch bei 50 Cent bis 1,09 Euro bzw. 80 Cent bis 1,20 Euro. Also wir sehen, auch die lustige Faschings- und Karnevalzeit bleibt vom Betrug nicht verschont. Trotzdem wünsche ich vor allem eine gute Zeit, gute Krapfen und sage Servus bis zum nächsten Video.